Nummer 4 Einige Benutzer haben dieses Produkt aufgrund der großen Erleichterung, die es verschafft, als eine Antischmerzmaschine bezeichnet. Es wird nicht nur zur Schmerztherapie eingesetzt, sondern fördert auch die Regeneration, den Wiederaufbau von Knochen und Knorpeln. Es kann zur Behandlung von Knochenbrüchen, Arthrose der kleinen und großen Gelenke, Osteoporose, Coxoarthritis, rheumatischen Ödemen, Verrenkungen, Bänderrissen, diffusen Prellungen, Hexenschuss, chronischen Schmerzen und anderen Erkrankungen eingesetzt werden. Außerdem ist es niederfrequent und einfach zu bedienen, hat eine hohe Leistung von bis zu 300 Gauss, wird mit Strom und Akku betrieben und wird mit einem Paar Magneten, zwei Gummibändern und einer Tragetasche geliefert. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Dieses Magnettherapiegerät hat keine Batterien und wird mit einer manuellen Stromversorgung geliefert. Aber das ist kein Problem, da es einfach zu bedienen ist, seine Teile für die Behandlung großer Flächen geeignet sind und viele Käufer die Meinung teilen, dass es Schmerzen und Schwellungen des Körpers wirksam reduziert. Es ist erwähnenswert, dass die Maschine mit einem Riemen mit zwei Magneten geliefert wird, und obwohl der Preis ein wenig teuer ist, bietet es ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Das Globus-Gerät ist das günstigste in diesem Vergleich, aber das ist nicht sein einziges Attribut, denn obwohl es eine niedrige Frequenz hat, verfügt es über eine hohe Intensität von 160 Gauss. Aber seine Behandlungsfrequenz kann von 5 bis 200 Hertz eingestellt werden. Es verfügt über einen speziellen Diffusor, der es ermöglicht, Pathologien in der Tiefe oder an der Oberfläche zu behandeln, sowie große und kleine Bereiche zu behandeln. physische, muskuläre und Osteosenen-Behandlungen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1 Iacer ist eine Marke, die sich durch die Herstellung von Qualitätsprodukten auszeichnet, und ihre Magnettherapie-Geräte sind keine Ausnahme, da es sich um ein Niederfrequenzgerät handelt, das jedoch über einen Doppelkanal verfügt, der die gleichzeitige Anwendung an zwei Punkten des Körpers ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über eine hohe Leistung von bis zu 150 Gauss in seinen Magnetfeldern, ist vom College of Physicians zertifiziert und wird mit einem kostenlosen therapeutischen Gummiband sowie einer Tragetasche geliefert, deren kompakte Größe es Ihnen ermöglicht, es überall hin mitzunehmen. Es hat 20 Programme für die Behandlung verschiedener Pathologien und ein Programm für die gleichzeitige Behandlung von Hart- und Weichgewebe. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.